Willkommen zurück zu Age of Vampires 3. Ich habe schon Level 2 schon angefangen. Ich werde jetzt nur mal alles hier von vorne zeigen. Ich habe gerade das erste Gebäude schon zerstört. Denn Level 2 finde ich jetzt am schlimmsten. Und ja, ich spiele das jetzt diesmal auf leicht. Statt auf mittel. Denn mittel ist für mich nicht mittel, sondern schwer. Ich weiß nicht, ob da irgendein Fehler vom Ding drin ist. Oder die haben es wirklich nur unfair gemacht. Oder vielleicht war ich einfach nicht schnell genug, um alles aufzubauen. Oder der Feind hatte einfach genügend Rohstoffe gehabt, um halt Dings... Das ist das Ende der Kriegshelden. Mal sehen, ob sie bereit sind, diese Angriffe abzublasen. Ich hoffe, dass es jetzt auch leicht besser läuft als auf mittel. Wir werden es sehen. Denn seit Folge 2 spiele ich Level 2. Und jetzt gibt es davon jetzt 6 oder 7 Folgen. Und es wird jetzt die 7. oder 8. Folge. Und vielleicht darüber. Es kann langsam nicht mehr wahr sein. Irgendetwas stimmt hier nicht, John. Ein Hinterhalt! Das sind britische Schützen. Warum greifen sie ihre eigene Kolonie an? Das erklärt die Kanone der Cherokee. Sie haben sich mit den Briten verbündet. Findet ein Mitglied der Black-Familie und tötet den Rest. Auftrag verstanden. Sir, britische Fregatten beschießen das vor. Stuart braucht ihre Hilfe. Reite zurück und sage, Stuart, dass wir tun, was wir können. Wir haben unsere eigenen Probleme hier. Ja, Sir. Mein Gott! Britische Truppen! Hier! Langsam sollten wir uns darüber unterhalten, wo sich der Brunnen befindet. Gute Güte! Bringt diesen Planwagen in Sicherheit. Wir können mit ihm ein neues Dorfzentrum aufbauen. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Beendet. Und erholt ihn. Beendet und erholt ihn. Okay. Ich hoffe, dass wenigstens leicht jetzt nicht so nervig ist wie auf Mittel. Aber es werden wir gleich alles sehen. Wie weit die hier es übertrieben haben. Denn ich meine... Auf Mittel hatte man ja quasi keine Chance. Denn man konnte gefühlt nicht wirklich... ...in Ruhe eine Armee aufbauen. Ich meine, sie hätten es auch so machen können, nur die Dorfzentren und alle militärischen Gebäude zerstören. Und dass der Feind nicht aufbauen kann. Heil. Oder halt die, die schon dann hier da waren. Alle zerstören. Aber so wie die es geregelt haben, war einfach nur Schwachsinn und lächerlich. Ah. Und vielleicht habe ich nicht das Schiff. Hallo? Okay. Ja, man musste ja wirklich alle Einheiten eliminieren und alle Gebäude zerstören. Also, es ist jetzt keine... Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt. Aber mir war das jedenfalls so. Dass man alles von dem Feind ausschalten muss. Sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich bin nicht mal bereit dafür. Die greifen mich jetzt schon an? Obwohl das gerade erst eingefangen hat. Sag mal, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich nehme das schon Schieb. Also, das ist jetzt hier die größte und lächerlichste Verarsche überhaupt. Das ist ja sowas von lächerlich. Die Leute haben bestimmt irgendwas vorher was getrunken. Dass so ein Schwachsinn gemacht wurde. Ach, halt Schmaul. So, rauskomme ich jetzt definitiv nicht mehr. Die kann noch fetter werden. Heil. Kommandantilier. 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 Also was meint ihr? Wie wird es auf leicht sein, wenn Mitte schon so extrem nervig war? Und unfair. Heil? Also Gold habe ich jetzt genügend. Das steht schon definitiv fest. Yes? I will. I mean so. Auftrag? Jawohl. Wird erledigt. Ready. 200. 4 Step. Commander Richt. Da habe ich aktuell 8, also noch 2 können dorthin. Yes? Hier sind 8. Ready? 3. Ja, ich werde noch einige zum Gold abhauen schicken. Abhauen? Abschlagen. Nicht abhauen. Na doch, eigentlich scheiße auch abhauen. Man haut das ja ab. Und jetzt nicht wie, wenn jemand flüchtet. Er versucht abzuhauen. Das war ja nicht gemeint. Gut, jetzt kommen die Muskeltiere. Muskel, sage ich jetzt schon. Muskeltiere. Ich habe Hoffis Heber nochmal geguckt, um sicher zu gehen. Wie komme ich auf Muskeltiere? Ich bin auch schon so ein Muskeltier. Obwohl ich da nicht mal muskulös aufgebaut bin. Okay. So. Pfeil. Richt. Yes. Hier sind die Muskeltiere. Yes. Ich habe es diesmal mit Absicht so ausgesprochen. Da hat man hier gehört. Ich bin sehr lustig. Hahaha. Kann man den nicht irgendwie wegklicken? Kann man den nicht irgendwie wegklicken? Evol. Nein! Heil. Ready. Evol. Ready. Ja, halt zum Maul. Forster. Commandment. Ready. Commandment. Was machst du denn da, ey? Ich hasse es. Was wurde jetzt gemacht? Ernsthaft, was macht es manchmal echt wie ein Scheiß? Es liegt nicht an meiner Maus oder sonst irgendwas. Es muss mehr am Spiel liegen. Dass er manchmal nicht so reagiert wie er machen soll. Oder einfach so hässlich reagiert. Es geht richtig auf die Nerven. Eigentlich hätten sie den Handelsposten weglassen können. Weil man den hier in diesem Level nicht braucht. Ach. Pokerster. Hiya. Den kann man nicht so drehen? Nein? Schade. Richt. Yes. Richt. Ach, jetzt auf einmal greifen sie mich nicht so tausendfach an? Yes. PM. IK. So wie auf Mittel. Dekatenties. Ready. Imenasor. 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 Soll mir auch recht sein. Yes. Ah ne, ich glaube das ist nur bei Age of Vampires so. Also beim ersten Teil. Imenasor. Dass man dann durchgehen kann. Oder ist das auch beim dritten Teil so? Wenn es hoffen ist, dass der Feind da durchgehen kann. Come on. Heil. Maul. Heil. Richt. Was ist deine Kommande? Right. Eine Hote. IK. Und. Cut to rest. Ready. Fokus da. Wenn ihr damit fertig seid, macht ihr erstmal dieses ganze Holz weg. Yes. Und. Kommandament. Horkester. Was ist deine Kommande? Ich werde es machen. Ich verstehe immer noch nicht, warum einige gelb sind. Ich frage mich immer noch, ob das jetzt nun ein Fehler vom Spiel ist oder ob das mit Absicht so gemacht wurde. Ja? Ja? Horkester. IK. Oder? Jetzt auf leicht greift der Feind eigentlich gar nicht an. IK. Horkester. Horkester. Raus. Besser. Besser. Ah! Wettbewerb Auftrag! Angreifen soll ich hier! Yes! Leon! Get ready! Right! Ready! Auf home! Leon! Una hozka, tu rein! Rotemund! Wie wisst! Auf home! Yes! Heil! Yes! Over! Ich glaube nur einer ist draufgegangen. Ich muss mich echt umgewöhnen. Süß! Ready? Yes? Commandament? Yes! Ja? Jawohl! Heil! Richt! Heil! Kommandament? Heil! Ob man auch die... Ob man auch die Kuh heilen kann? Kommandament? Forster. Commandament? Forster. 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 Das Gute jetzt hier ist, jetzt können nur noch diese Dorfbewohner angegriffen werden. Kommandament? Ja! Ja! Verstanden! Ja! Ja! Verstanden! Ja! Kommandament, wer ist da? Kommandament? Ich spare das Gold für diese Kanonen. Ready, Poster, Miss Hunte. Sie machen mit der Nahrung, okay? Ulan! Ah ja, könnt ihr auch angreifen? Ah, das ist ein Fernangriff. Ferngreifer. Ist das euer verdammter Ernst? Heil? Zehn hab ich noch. Dafür. Ähm. Ach komm! Heil? Ready. Uricht. Uricht. Kommandament, ich meine so. Uricht. Ach, fickt euch. Heil? Bereit. Ready. Ich dachte, ich mal mit Absicht isst. Ready. Yes. Zwei sind drauf gegangen. Ein, zwei. I'm ready. I'm going now. Kommandament. Hawker Stair. Ready. Forster. Forster. Ready.